Hey, ich bin Miriam von Sprachheld.de. Willkommen bei der heutigen Podcast-Ausgabe. Dieses Mal geht es um das Thema Grammatik in der Fremdsprache. Du wirst folgende Sachen lernen. Grammatik ist gar nicht so schwer zu erlernen, wenn du es richtig machst. Am Anfang ist Grammatik weniger wichtig und kann zunächst ausgelassen werden. Du solltest Grammatik nur nach Relevanz lernen und nicht wild durcheinander. Lerne immer nur häppchenweise und nicht gleich so viel auf einmal. Am besten lernst du Grammatik schnell durch Anwendung und Beispiele. Ein Artikel von Sprachheld, verfasst von Gabriel Gehlmann. Grammatik lernen ist wahrscheinlich eins der größten Probleme beim Sprachenlernen. Es ist trocken, es ist langweilig, es ist kompliziert. Zudem hat man keinen direkten Nutzen. Du kannst zwar mit weniger Fehlern sprechen, aber du kannst nicht mehr sprechen. Was zum Beispiel der Fall mit den neuen Vokabeln wäre. Trotzdem muss auch Grammatik irgendwann gelernt werden. Eins jedoch vorne weg. Grammatik brauchst du am Anfang nicht. In diesem Beitrag erfährst du, wann du mit Grammatiklernen anfangen und wie du dabei vorgehen solltest, um schnell Fortschritte zu erzielen. Jedes Thema beim Sprachenlernen hat seinen richtigen Zeitpunkt. Der Zeitpunkt von Grammatik kommt erst später. Zunächst ist es wichtig, überhaupt irgendwie sprechen zu können. Dieses Resultat wird später mit der richtigen Grammatik korrigiert. Das hat einen Vorteil. Wenn du Grammatik zu früh lernst, dann hast du Schwierigkeiten, die Regeln zu verstehen. Wenn du jedoch schon Kenntnisse in der Sprache hast, wird es dir deutlich leichter fallen, die Grammatikregeln zu verstehen. Du hast bereits den Bezug zur Sprache und bist bereits mit vielen Regeln in Kontakt gekommen. Dein erster Monat sollte komplett grammatikfrei sein. Zudem solltest du mit Grammatik nicht anfangen, solange du keinen Satz eigenständig bilden kannst. Wenn du Grammatikregeln lernst, ist es wichtig, nur relevante Regeln zu lernen. Lerne nicht die Regeln, die von jemandem als wichtig bestimmt wurden. Lehrbücher und Sprachkurse gehen nach ihrer eigenen Agenda vor. Sie entscheiden, welche Grammatikregeln sie für dich als wichtig erachten. Es ist viel besser, wenn du selbst bestimmst, welche Regeln gerade wichtig für dich sind. Lerne also nur die Regeln, die du gerade tatsächlich benötigst. Das sind die Regeln, die gerade relevant für dich sind. Woher weißt du, welche Regeln gerade relevant sind? Das sind die Regeln, mit denen du in Kontakt kommst. Nehmen wir an, du machst wiederholt einen Fehler beim Sprechen oder Schreiben. Dein Tandempartner macht dich darauf aufmerksam. Jeder deiner Fehler unterliegt einer bestimmten Grammatikregel. Das ist die Regel, die für dich relevant ist. Wenn du nun mehrmals denselben Fehler machst, ist es an der Zeit, die zugrunde liegende Regel anzuschauen. Auf diese Weise wird es dir viel leichter fallen, die Grammatikregel zu lernen. Denn du hattest bereits mit ihr Kontakt. Es wird dir quasi wie Schuppen von den Augen fallen. Zudem macht es viel mehr Spaß, die Regel zu lernen. Du hast bereits den Bezug zu ihr und du willst nicht denselben Fehler wiederholen. Du wirst wahrscheinlich mit vielen Grammatikregeln gleichzeitig in Kontakt kommen. Es ist jedoch wichtig, immer nur eine Grammatikregel gleichzeitig zu lernen. Bevor du eine Regel nicht vollständig beherrschst, solltest du nicht die nächste angehen. Es ist wichtig, dass diese Regel erstmal richtig gut sitzt. Wenn du mehrere Regeln gleichzeitig lernst, bist du schnell verwirrt. Zudem fällt es dir schwerer, alle Regeln zu beherrschen und du brauchst länger Zeit. Auch beim Sprachenlernen ist es, wie Bruce Lee einmal sagte, ich habe keine Angst vor dem, der einmal 10.000 Kicks geübt hat, aber vor dem, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Übe also eine Regel sehr oft und gehe dann erst zur nächsten. Egal, was du bei einer Fremdsprache lernst, lerne immer durch Anwendung. So geht es deutlich schneller. So ist es auch beim Sprachenlernen allgemein. Das traditionelle System, erst Theorie und dann Praxis, verlangsamt dich extrem. Wenn du schnell eine Regel lernen willst, dann muss Theorie und Praxis eng verknüpft sein. Beides sollte immer gleichzeitig ablaufen. Das heißt, wende die Regel sofort an. Egal, ob du sie verstanden hast oder nicht, wende sie an und lass dich korrigieren. Wenn du dich bei deiner Nutzung der Regel korrigieren lässt, dann fällt es dir viel einfacher, sie zu verstehen. Erstmal die Regel theoretisch zu lernen und dann erst anzuwenden, wird deutlich mehr Zeit kosten. Nehmen wir an, du lernst eine Vergangenheitsform. Dann gehst du so vor, um sie schnell zu lernen. 1. Schau dir kurz an, wie du das Verb konjugieren musst. 2. Mache sofort einen Satz in der Vergangenheit, lange bevor du die ganzen Ausnahmen und Sonderregeln angeschaut hast. 3. Lass dich von jemandem korrigieren. 4. Finde heraus, was dein Fehler war und schau dir erst jetzt die zugrunde liegende Sonderregel an. 5. Bilde einen neuen Satz. Diesen Prozess führst du so lange fort, bis du die Grammatikregel beherrschst. So lernst du die Grammatikregel wirklich schnell. Eine Technik, um schnell eine Grammatikregel zu lernen, ist die Imitation von Beispielen. Schau dir ein paar Beispiele einer Regel an und imitiere diese Beispiele. Das heißt, bilde deinen eigenen Satz, zum Beispiel einen Satz in der Vergangenheit. Das machst du, ohne dir überhaupt die zugrunde liegende Regel anzuschauen. Nachdem du mehrere Beispiele imitiert hast und dich dabei korrigieren hast lassen, schaust du dir die Grammatikregel an. Es wird so offensichtlich für dich sein, wie die Regel richtig angewendet wird. Wenn du eine Regel lernst, lerne sie eine kurze Zeit sehr intensiv, am besten ein paar Tage hintereinander, jeden Tag. Wenn du eine neue Regel lernst und sie immer nur einmal die Woche wiederholst, fängst du quasi jede Woche von vorne an. Nach einigen Tagen hast du bereits vergessen, was du da überhaupt gelernt hast. Am Anfang lernst du also jeden Tag so intensiv, bis die Regel wirklich fest sitzt. So sparst du Zeit, denn du musst nicht ständig von vorne anfangen. Zudem bleibt dir die Regel deutlich länger erhalten. Du hast sie dir so tief in deinen Kopf eingepflanzt, dass du sie nicht so schnell wieder vergisst. Das Gleiche gilt für komplett neue Grammatik. Grammatik, die es im Deutschen nicht gibt. Imitiere Beispiele so oft, wie es nur geht. Lass dich immer wieder korrigieren. Schau dir erst dann die Regel selber genauer an. Diesen Prozess führst du so lange durch, bis du die Regel richtig anwenden kannst. Wenn du die Regel selbst anwendest und dich dabei korrigieren lässt, bekommst du ein Gefühl für die Regel. Das ist viel wertvoller, als sie einfach nur zu lernen. Das ist genauso wie beim Erlernen deiner Muttersprache. Du hast ein Gefühl für die Sprache, ohne wirklich jede Grammatikregel zu kennen. Am besten ist es, mit grammatikalisch falschen Sätzen anzufangen und diese dann zu korrigieren. Bis du alle Regeln gelernt hast, um einen einwandfreien Satz zu bilden, wird viel Zeit vergehen. Und selbst dann ist es nicht sicher, ob du einen Satz fehlerfrei sagen kannst. Am besten ist, wenn du deine Sätze korrigieren lässt. Schreib oder sag einen Satz. Bitte einen Muttersprachler, alle Fehler im Satz zu korrigieren. Jede der zugrunde liegenden Regeln lernst du. Eine nach der anderen. Bis du Sätze grammatikalisch korrekt sagst. Wenn du die Sprache viel hörst, korrigieren sich deine Sätze auch teilweise von selbst. Wenn du die Sprache ständig hörst, fängt dein Gehirn an, selbst zu verstehen, wie ein Satz richtig gebildet wird. Du bekommst ein Gefühl für die Sprache. Wenn du nun einen falschen Satz sagst, hört er sich nicht richtig für dich an. Dein Gehirn vergleicht nämlich mit ähnlichen Sätzen und bemerkt, dass sich dein Satz anders anhört. So korrigierst du ihn dann automatisch. Als ich in Australien in der Highschool war, lernten wir Mathe ein bisschen anders als in Deutschland. Zunächst lernten wir die Regeln nur ganz kurz und schauten uns einige Beispiele an. Dann bekamen wir auch gleich eine Ladung an Aufgaben zu lösen. Dabei wurde jede Aufgabe immer schwieriger. Anstelle, dass jedes Detail der Mathe-Regel erklärt wurde, sollten wir die Sonderfälle selbst kennenlernen. Jedes Mal, wenn eine Aufgabe kam, die wir noch nicht lösen konnten, konnte man eine Erklärung zur Sonderregel dazu finden. Auf diese Weise habe ich in Australien Mathe-Regeln deutlich schneller gelernt als je zuvor. Genau dasselbe gilt beim Grammatiklernen. Mit Beispielen und Anwendungen lernst du jede Grammatikregel wirklich schnell. Lerne zudem die ersten Tage die Regel sehr intensiv und dann immer weniger. Das war's auch schon von der heutigen Ausgabe. Wir hoffen, es war hilfreich für dich.